Wo immer Ihre Aufträge Sie hinführen, wie komplex die Anforderungen auch sein mögen, die mobilen Lösungen von Gföllner begleiten Sie zuverlässig. Mit individuell gefertigten Sonderfahrzeugen und Spezialkontainern ermöglichen wir optimale Arbeitsbedingungen und Top-Leistungen. Und das in der ganzen Welt. An unserem Standort in St. Georgen bei Grieskirchen realisieren wir Lösungen für Ihre Transportaufgaben. Dabei bieten unsere Module das optimale Ambiente für Ihr Hightech-Equipment. Ob für den elektrischen Anlagenbau, Baustelleneinrichtungen oder den Transport von Satelliten. Den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden sind keine Grenzen gesetzt. Warum weltberühmte Technologiekonzerne, Eisenbahngesellschaften und Logistiker uns vertrauen? Weil Gföllner jahrzehntelange Erfahrung mit umfassendem Fachwissen, kreativem Denken und absoluter Zuverlässigkeit verbindet. Damit schaffen wir immer wieder aufs Neue innovative und leistungsstarke Produkte. Vom Fahrzeug- und Containerbau bis hin zur Klimatechnik. Sonderfahrzeuge, Aufbauten und Anhänger der Firma Gföllner kommen vor allem in Europa zum Einsatz. Unsere Container hingegen exportieren wir mittlerweile in beinahe alle Länder der Welt. Vom simplen Standardmodell bis hin zur Spezialanfertigung planen, fertigen und montieren wir mobile Lösungen aller Art. Um unseren Kunden Perfektion bieten zu können, entwickeln wir zudem spezielle Klima- und Belüftungsanlagen. Diese hochtechnologischen Anlagen ermöglichen selbst unter härtesten Bedingungen den optimalen Einsatz unserer Container und mobilen Gebäude. Dank eines modernst ausgestatteten Betriebs sowie erstklassig ausgebildeter Fachkräfte können wir ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand bieten. Dies umfasst auch die komplette technische Ausstattung sowie die strenge Qualitätsprüfung aller Produkte direkt in unserem Haus. Dabei hat die Qualität von Gföllner viele Gesichter. Nämlich die der über 250 Mitarbeiter, die für unsere Kunden in der ganzen Welt mit Begeisterung am Werk sind. Diese Begeisterung ist der Grund dafür, dass wir heute national und international erfolgreich sind. Auch unserer Bodenständigkeit und der starken Verwurzelung mit dem Industriestandort Oberösterreich verdanken wir, dass Gföllner seit der Gründung im Jahr 1895 Schritt für Schritt wächst. Was für uns zählt, dass wir bei Gföllner gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Produkte überall dorthin gelangen, wo diese gebraucht werden. Schnell, zuverlässig und effizient. Gföllner – Fahrzeugbau und Containertechnik auf höchstem Niveau. Gföllner – Fahrzeugbau und Containertechnik auf höchstem Niveau.